Choose your plan. Mario! Hallo und herzlich willkommen. Es ist wiederum willkommen zu einer neuen Folge. Äh, wo sind wir? Hallo? Hallo, ich bin's wieder. Du bist jetzt genauso wie ich im Gefängnis und kommst nie wieder raus. Ha, ha, ha! Hä? Junge, was ist los? Okay, 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 okay. Oh, was ist das? Ähm. Ähm. Machen wir hier ein... Was hab ich gemacht? Das ist ein Gef... Ja, schon gut, schon gut, schon gut. Hey, du brauchst echt... Du brauchst echt... Du brauchst echt keine Angst vor mir, ja? Ähm, kann ich wieder raus, also... Ich bin drin. Scheiße, drüben, fähig mal! Ah! Okay, okay, okay. Okay. Der ist stur. Der ist so blöd. Ich glaube, ich Zimmer kontrollieren und so. Wir versuchen, hier jetzt auszubrechen. Boah, eins, komm. Ja, ha, ha! Du kommst nie hier raus, weil meine Wächter zu stark oder sie sind noch attraktiv. Aber du kommst nie raus! Und... Gefangenen macht keinen Spaß. Leute, wie soll man hier rauskommen? Ich glaube, wir sind hier irgendwo falsch gelandet. Ähm, okay. Wir müssen hier versuchen, auszubrechen. Ähm... Und... Ja... Leute, ich... Ich... Wir komm hier nie wieder raus. Das kann doch nicht sein. Mit Minecraft Wunderland. Das... Das kann doch einfach nicht sein. Es kann... Doch... Nicht... Sein. Dass es alles war mit Minecraft Wunderland. Alles, was wir hier... Praktifiziert haben. Ich wollte doch nur ein... Leiste machen. Und dann... Ich wollte gerade auf dem Minecraft Wunderland. Ich hatte mich so richtig gefreut. Und jetzt... Jetzt ist alles... Alles... Schlechtet. Okay, wir müssen jetzt hier einfach versuchen, rauszukommen. Ähm... Und ja... Ähm... Warte, geht's. Ha, ha! Heute geht's nicht mehr! Minecraft Wunderland! Heute... Sind wir beide nur... Und meine Wächter dran! Oh mein Gott, ich glaube, wir kommen raus. Ich... Ich glaube, wir... Oh Gott, nein! Okay, ähm... Die Wächter! Ähm... Ja, hallo! Ich will jetzt hier bitte nicht von euch... Ihnen belächtigt werden. Ja, danke dafür! Euer Verständnis! Ich glaube, wir kommen hier raus. Ich... Ich... Ja, hallo! Was machen Sie hier? Ähm... Ich bin hier nur zum Besuch, also... Ihr braucht nicht... Keine Angst haben, ich bin hier... Nur... Ähm... Aber raus, also... Mein netter Herr hier, also... Ich hab... Wir haben ja gerade Besuchzeit... Hey, dass ich auch nicht so möchte... Ja, und... Ich geh jetzt wieder! Also Sie müssen wissen, dass jetzt keine Besuchzeit ist, aber... Okay... Sorry! Voll ich echt nicht! Ja, okay, tschüss! Ha! So ein Idiot! Der kauft mir auch alles ab! Ähm... Okay, wir müssen jetzt versuchen, hier reinzugehen... Und dann einfach irgendwie zu hoch gehen... Also wir schaffen das... Oha! Heute noch, glaube ich... Ich will es jetzt einfach nur noch ausbrechen... Wow! Okay, ist gut, ist gut! Oh! Da brennt sich gar nicht... Ich freue auf mich! Ich glaube, die... Haben bemerkt, dass ich... Hier... Okay... Dann müssen wir es hier, glaube ich, wohl anders machen... Was? Ja, hallo! Was machst du denn? Warst du gerade eben draußen? Du hast probiert, auszubrechen? Ja, aber... Du musst denn eins wissen... Du wirst nie, 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 nie rauskommen! Was? Ich sehe nichts! Ich sehe nichts! Was ist los? Was passiert? Ach, Leute! Ich will nicht mehr... Also, ich will nicht mehr... Also, ich will nicht mehr... Also, so, Leute... Das war's für den kleinen Wowplay... Hoffentlich hat es euch gefallen... Ich wollte noch mal viele Grüße an Panna raus sagen... Ja, danke dafür... Und... Lasst ein Like und ein Abo... Bei Cedric LbTV... Und... Ja... Also, es hat... Alles so mega gedauert... Ohne Panna hätte das ganze Wowplay... Aber nicht so viel Spaß gemacht... Weil, wenn ich Zeit verstehe... Natürlich kann ich dann schon irgendwie hören... Aber wenn ich dann Zeit habe... Dann hört es nicht so gut an... Und dann hat mir Panna gesagt... Ja... Er hilft mir! Es war mega viel Arbeit... Wir mussten viel zu viel machen... Weil... Es war alles so... Machen wir das... Dann habe ich auch... Sie noch Minecraft gelöscht... Dann hoffe ich... Ich werde es noch mal runtergeladen... Und... Das... Und... Ja... Das war alles so mega schwer... Hoffentlich hatte ich keine Ersatzfolge... Für euch heute gefallen... Ähm... Falls ihr mehr davon wollt... Dann lasst unbedingt ein Like da... Und... Bei Panna... Könnt ihr natürlich auch ein Like und ein Abo da lassen... Also bitte... Äh... Also... Es ist unten verlinkt... Ja... Und... Willst du noch was sagen Panna? Also... Ähm... Ich fande das heute mit Cedric richtig cool... Also wir nehmen auch noch eine neue Folge auf... Und ich fande das heute richtig cool... Äh... Und... Ich hoffe es hat euch auch Spaß gemacht... Also mir hat es persönlich Spaß gemacht... Dir Cedric? Ja... Mir auch... Es hat sehr Spaß gemacht es aufzunehmen... Ja... Das war's für eine neue Folge... Haut rein... Bis dann... Und ciao Leute!